Ja Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Infinity und heute habe ich leider wieder nicht viel Zeit zum Aufnehmen, aber ich will die Gelegenheit gerade noch nutzen, denn in den ganzen letzten Tagen habe ich immer versucht, bestmöglich die Zeit, die mir zur Verfügung stand, zu nehmen und dann irgendwas aufzunehmen, weil ich am Sonntag eigentlich eine ganz gute Streamphase hatte. Also da habe ich viel geschafft und das habe ich auch teilweise schon in anderen Aufnahmen erzählt, die dann eben erst später kommen werden, größtenteils, aber es war tatsächlich mal ein Erfolg, finde ich und natürlich ist es in dem Zusammenhang schade, dass ich es in den letzten Tagen hingegen nicht geschafft habe, weiter zu streamen. Bisher ist alles vergeblich geblieben, ich habe es öfter versucht, aber beispielsweise heute, als ich es einplanen wollte, ist dann doch wieder das Schneiden dazwischen gekommen, denn am Wochenende bin ich nicht da und jetzt muss ich eben ziemlich viel vorbereiten dafür, da merkt man schon an vielen Stellen, wie einem die Zeit für solche Sachen wie Streaming und ähnliches fehlen. Also das ist echt krass und ich hoffe, dass das in nächster Zeit etwas geregelter wieder ablaufen kann, denn eigentlich wollte ich ja im November richtig viele Aufnahmen machen und die Zeit richtig nutzen zum Vorproduzieren, aber das kann natürlich nur gelingen, wenn die Grundvoraussetzungen auch passen und ich beispielsweise das Wochenende noch habe, um solche Sachen zu machen wie Streams bzw. Schneiden, habe ich eigentlich auch immer in den Zeitraum gelegt und dann in der Woche wollte ich vermehrt aufnehmen. Letzte Woche ist mir das ganz gut gelungen tatsächlich, nur man muss ja auch noch viele andere Sachen damit unter einen Hut bringen, also beispielsweise jetzt die Bachelorarbeit zu schreiben, in meinem Fall, das ist ja das Hauptthema oder die Sorge Nummer 1, da wünscht man sich schon manchmal die alten Zeiten zurück, wobei wir eigentlich auch schon beim heutigen Thema wären, was mir vorhin eingefallen ist und zwar wollte ich mal über die Wandertage reden, denn genau heute vor 11 Jahren und vor 11 Jahren in Bezug auf die letzte Aufnahme, die am 11.11. zufälligerweise war, hatte ich jeweils Wandertage und irgendwie kommen die mir jedes Jahr erneut in den Sinn. Ich weiß nicht warum, also das ist echt komisch, dass ich das damit assoziiere direkt, aber es ist nun mal so, ich kann es ja auch nicht unbedingt beeinflussen und deswegen wollte ich heute erneut darüber mal reden. Ich weiß nicht, ob ich das bereits vor ein paar Jahren vielleicht in einer Folge mal angesprochen hatte, aber warum nicht durchaus nochmal aufgreifen, ich meine es ist ja vielleicht interessant, vor allem weil es eben mit diesem Datum zusammenhängt. Ich meine 11.11.2011, da merkt man sich irgendwie automatisch, was man an dem Tag gemacht hat, weil es ja so ein einmaliges Ding ist, was eigentlich nie wieder auftritt. Ich meine, wann hat man schon mal so viele Einsen in einem Datum? Es wird wahrscheinlich in dieser Konstellation erst wieder sonst wann auftreten, in 100 Jahren oder so. Genau, da passt es ja dann noch besser wie in 2.111. Aber das ist an der Stelle ja noch ein bisschen hin und wahrscheinlich jetzt erst mal nicht so das Thema für uns alle. Also ja, da könnten wir uns vielleicht lieber auf den damaligen Tag konzentrieren und ich weiß sogar noch ziemlich genau, komischerweise, wie der ablief. Und was ich von morgens bis abends gemacht habe, das habe ich bei wenigen Daten tatsächlich, dass ich das exakt in dieser Form behalten habe. Das meiste vergisst man nach so langer Zeit ja schon, vor allem ich war da auch erst zwölf, also da kennt man wahrscheinlich eh nicht mehr alle Details. Obwohl man natürlich sagen muss, dass das Gehirn da schon relativ gut entwickelt ist im Vergleich zu drei Jahren oder so, da kann man sich ja echt an nichts mehr erinnern, so fast. Außer natürlich besonders einschneidende Ereignisse oder so, aber davon jetzt mal abgesehen, ist das sonst ja eher eine Seltenheit. Und wahrscheinlich steht das auch so als Symbol für die damalige Zeit, dass ich einfach die ganzen Erinnerungen an die Epoche, sag ich mal, mit diesem Datum verbinde und dann schon auch viele positive Sachen behalten habe. Und eigentlich wollte ich letztes Mal schon darüber reden, zumindest wäre es ganz cool gewesen, aber es ist mir erst nach der Folge eingefallen. Allerdings war es ja auch so, dass ich normalerweise zwei Videos hintereinander aufnehmen wollte, wozu ich leider nicht gekommen bin. Das hatte ich ja alles schon in der Aufnahme erzählt, die ich vorhin auch zufällig erst geschnitten habe, also deswegen weiß ich ziemlich genau, wie der Stand der Dinge war. Am Ende war ich beispielsweise noch auf dem Feld und habe da ein bisschen abgeerntet und wollte dann etwas vorbereiten. Ich kann übrigens gleich mal gucken, bevor wir hier nur sinnlos im Netter rumlaufen, wie weit die Hühnerfarm und so weiter gekommen ist. Und vor allem, was jetzt überhaupt los gewesen ist mit den Fortschritten, die ich erreicht habe im Stream. Denn vorhin habt ihr die schon nebenbei gesehen, aber ich bin noch nicht genauer drauf eingegangen. Es handelt sich um Shandys Haus, das ich endlich mal gebaut habe. Und ich würde sagen, ja, wir gehen zu Eingepackten und Cheville, da können wir ganz gut die Stelle erreichen. Die anderen Portale sind, glaube ich, etwas sinnloser, weil die so im Interieur versteckt sind. Und ich meine, mit dem Stab kommen wir ja in der Oberwelt oder wenn wir draußen in der Stadt sind, sehr gut zurecht. Genau, da schauen wir einfach mal hier rein. Was ist da so drin? Fünf Cook Chicken. Okay, neulich hatte ich drei reingetan, glaube ich. Also die habe ich selber getötet. Es kann aber auch sein, dass ich dann nochmal zwei weitere Agents habe. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich hoffe aber, dass es tatsächlich funktioniert hat und hier zwei von der Maschine hinzugekommen sind entsprechend. Denn dann hätte es sich tatsächlich gelohnt und ich würde mich freuen. Also vielleicht kann ich dann auch noch mehrere davon bauen, die dann so in einen einzigen Hopper zusammenfließen. Beispielsweise sowas in der Art wäre doch sicherlich hilfreich für unsere Situation, dass wir endlich mal Essen kriegen. Das ist ja das große Ziel. Und ich weiß auch nicht, warum jetzt hier schon wieder drei von diesen ekehaften Viechern mich verfolgen müssen. Das ist ja übelst schlimm. Ey, komm, geht doch weg. Vielleicht kann ich die ja irgendwie loswerden, indem ich ausreiße und dass sie dann die spawnen. Und das wäre so das Ziel jetzt. Aber ich will auch nicht, dass es jetzt unnötig leckt oder so. Wir hatten ja schon in einer der letzten Folgen wieder extrem mit Rucklern zu kämpfen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da lag es jetzt nicht am Internet direkt. Obwohl doch, naja. Letzte Folge ging es ja eigentlich die ganze Zeit darum, dass es mit den Internetausfällen auch immer wieder zu fast abstürzendes Modpacks kam. Und ich werde ja gerade schon wieder extrem verfolgt. Ich weiß nicht, was da los ist, ey. Naja, ich versuche mal da zurückzugehen. Vielleicht sind die jetzt weg in der Zeit. Ich glaube tatsächlich, gell. Die sehen zumindest nicht mehr hier aus, als würden sie rumlaufen. Ich würde dann einfach mal kurz die Nacht überspringen. Gerade ist auch ein bisschen kritisch, weil ich wieder mal nicht sprinten kann. Aber mit dem Ding merkt man das zum Glück nicht so. Naja, aber da kommen wir mal lieber zu der Geschichte hier hinten. Es ist jetzt ein bisschen blöd, diese Folge. Ich kann halt nicht richtig entspannt über das Thema reden, was ich eigentlich noch weiter besprechen wollte. Denn das geht eben nicht so gut, wenn man Sachen zu zeigen hat. Und vor allem, wenn man dann noch zusätzlich abgelenkt wird von irgendwelchen solchen Scheißdingern. Alter, was wollen die schon wieder mit ihren Blöcken, die sie hier rumwerfen? Die zerpflücken am Ende die ganze Gegend wieder und da ist auch keinem geholfen. Ich habe keinen Bock, dass die das direkt wieder abpreisen, was ich neulich relativ mühselig aufgebaut habe. Ich bin ewig nicht zum Bauen gekommen, etc. Ich habe dafür schon eine ganze Zeit gebraucht, bis ich überhaupt mal Zeit hatte und mir das überhaupt überlegt habe. Ich habe auch, ne? Ich meine, es ist ja schon ein kreativer Prozess, der jedes Mal dahinter steckt. Und dann kommen solche Viecher und versauen einem den Spaß. Also ganz ehrlich, die spawnen ja auch wieder nicht, gell? Wenn ich jetzt wahrscheinlich hinlaufe, wird er immer noch da sein. Obwohl, naja, vielleicht kann ich versuchen, die Chunks zu entladen und dann wäre er weg. Allerdings glaube ich nicht, dass das bei denen was bringt. Ich habe ja schon mal gegen die kämpfen müssen und wenn die sich einmal entschieden haben, hier in die Stadt zu kommen, dann ist eben vorbei, gell? Das ist einfach nur absolut schlimm. Und ich kann auch bis heute diese Mod-Entwickler nicht verstehen, warum die sowas reinbauen mussten, ne? Auch wenn die relativ selten sind, ist es trotzdem umso zerstörerischer, was die anrichten. Und deswegen gehören die meiner Meinung nach nicht in den Mod-Pack. Genauso nervig sind diese scheiß Viecher, die hier unter anderem, aber auch viele weitere, die einen die ganze Zeit in die Luft schleudern und einfach nur dafür sorgen, dass du nicht in Ruhe irgendwas anderes machen kannst. Egal, was es an der Stelle ist, ob du jetzt einfach nur bauen willst oder in Ruhe umherlaufen, weißt du, ohne die ganze Zeit, ey, wirklich, das ist doch schlimm hier. Ich meine, ich habe jetzt noch leicht reden, ich habe ja wenigstens eine Elytra, aber lange Zeit lang hatte ich die nicht und musste echt aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit Fallschaden kriege. Und ich möchte ja auch nicht, dass die unnötig kaputt geht, die Elytra, beziehungsweise ich immer wieder mit Mending, die wieder hochheilen muss, das ist ja auch nichts auf Dauer, weil es da, oh ey, der geht aber auch nicht down. Na gut, ich treffe den allerdings auch nicht allzu oft, da muss ich vielleicht mal besser dranbleiben, es ist aber auch immer ein bisschen nervig mit diesen Geräuschen hier, oh ey. Ich kann ja wieder nichts machen in der Folge, das ist absolut schlimm, aber ja, mit dem Thema war ich weitgehend sowieso durch, also so viel gab es da jetzt nicht mehr zu sagen, ich wollte es nur mal anmerken. Und wenn ich die Folge irgendwie füllen kann, dann ist es ja an sich gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt endlich mal auf das Haus ein, also ich wollte hier so einen Eingang machen und das relativ rund gestalten. Dann muss es hier natürlich einen ordentlichen Übergang geben zum Turm, damit wir da auch die entsprechende Verbindung haben, denn ich finde schon, dass das sein muss. Immerhin hat Shandy hier seine ganze bisherige Einrichtung und hat das ja auch als seine offizielle Base angesehen, deswegen möchte ich ihm das natürlich nicht wegnehmen, sondern einfach mal was anbauen, ich denke das wäre konstruktiver und dann können wir hier auch in den Berg übergehen, würde ich sagen. Dann müssen wir aber entweder hier was aufschütten, was ich eigentlich jetzt hätte machen können, oder wir tragen hier oben was ab, allerdings war ich mir da noch nicht sicher und muss mir einiges überlegen. Also da ist man schnell hin und her gerissen, vor allem mit den Bäumen, wie macht man das dann wieder? Die müssten ja auch entsprechend weg, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die in Ruhe abreißen kann. Ich hoffe mal schon, oh shit, ich fange einfach mal an. Zumindest die beiden hier, die jetzt eh nicht so schön aussahen, können durchaus weichen und dann werde ich wahrscheinlich schon mich dafür entscheiden, Erde aufzuschütten, denn ich habe zur Zeit eh so viel und in letzter Zeit immer wieder überall was abgebaut, dass ich jetzt auch mal durchaus bereit wäre, was hinzuplacen und sozusagen was zurückzugeben. Warum nicht, dass man einfach mal was aufschüttet, wo noch nichts war? Ich denke, das ist auch ein ganz guter Gedanke, den man durchaus öfter verfolgen könnte, aber jetzt fangen wir hiermit vielleicht erstmal an und ich würde sagen, unten wäre es direkt besser zu Beginn, denn sonst ist es nur unnötig anstrengender und ja, ich habe gerade nicht viel Platz im Inventar, ich muss mal ein bisschen austauschen hier. Ich hoffe, dass der gerade auch nicht da hinten in Reichweite ist oder irgendwie aggressiv, ich glaube, der ist aber in einem gefrorenen Zustand sozusagen, also da wird jetzt nicht allzu viel Schaden anrichten, was schon mal ganz gut wäre und ach, ich brauche noch einen Thumbnail im Moment. Ich würde sagen, wir machen da einfach mal so eins und jetzt muss ich mich aber auch extrem beeilen mit dem Ende der Folge, ich habe nämlich gerade echt nicht mehr viel Zeit und würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge und tschüss. Zusehen Zusehen